Hallo und herzlich willkommen zu Tag 13 des Einsteigerkurses für Gitarre. Ich freue mich sehr, dass du immer noch dabei bist und es lohnt sich. Wir haben in der letzten Woche im Solo-Bereich uns einiges erarbeitet. Unter anderem gab es Position 2, 3, 4 und 5 der A-Moll-Pentatonik. Wir sind noch mal durch die Grundtöne der dicken E- und A-Seite gegangen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, damit du weißt, wo deine pentatonischen Lagen auf der Gitarre starten. Dann haben wir uns die ersten Übungen in der Pentatonik angesehen, Triolen in der Pentatonik, unser exzellentes Training erarbeitet. Wir sind durch die Triolen bzw. Triplets, wir haben über Motivation, Tipps zum Training und so weiter gesprochen. So und heute geht es weiter. Hier freue ich mich sehr. Wir besprechen heute die Dur-Pentatonik und werden uns da die einzelnen Formen angucken und wir besprechen eine Version der Dur-Pentatonik, die im Country-Bereich verwendet wird, die auch sehr süß klingt. Und wir, wenn wir es schaffen, gehen wir auch gleich noch durch die 5 Dur-Tonleitern, die auf diesen Dur-Pentatoniken oder auf unseren 5 Pentatoniken liegen. Jetzt werde ich euch einiges dann sagen und erklären. Ich werde jetzt auf das Gaspedal drücken. Wir bleiben jedoch in einer entspannten Atmosphäre. Jetzt geht es konzentriert zur Sache in die nächste Stunde und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also ganz liebe Grüße an alle, die online dabei sind. Ich freue mich so sehr, dass ihr diesen Kurs mitmacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Vor allen Dingen euer Feedback und wie ihr dann die einzelnen Tage implementiert. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal zehn Tage hinterher seid und erst euch irgendwo im fünften, sechsten Tag befindet. Es ist völlig okay. Man kann den einen oder anderen Tag auch mal überspringen, mal nach vor, mal zurückgehen. Das ist nicht in Beton gegossen, das Ganze. Und vielen Dank nochmal für die aufmunternden Worte nach dem letzten Video. Das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Wir bleiben dran und geben jetzt richtig Gas. Also schauen wir uns doch mal an, um was es denn in der Dur-Pentatonik geht. Und dann diese Frage kam dann auf, für was brauche ich das Ganze denn eigentlich? Brauche ich das überhaupt? Und wenn ja, was bringt mir das? Ich habe mitbekommen, dass viele sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, davon schon gehört haben und vielleicht auch mal Gitarrenunterricht hatten, wo man gesagt hat, ach Pentatonik und das ganze Zeug, das brauchst du ja nicht. Nichts ist ferner von der Wahrheit wie das. Wenn du wirklich Solo-Gitarre spielen möchtest und zwar ordentlich, also richtig gut, dann ist das der Schlüssel für das Solospiel. Es gibt keine Blues-Gitarren-Solos, keine Rockmusik, kein Jazz, kein Country ohne diese pentatonische Tonleiter. Ohne die würde es die ganze moderne Musik überhaupt nicht geben. Die ist also der Schlüssel für das Ganze. Für das Solospiel auf jeden Fall. Also, die Dur-Pentatonik hat einen ganz interessanten Aspekt, nämlich sie verwendet dieselben Töne wie die Moll-Pentatonik. Ihr solltet eins wissen, die Töne der C-Dur-Tonleiter sind deckungsgleich mit den Tönen der A-Moll-Tonleiter. Früher im Mittelalter hat man die Musik auch anhand der A-Moll-Tonleiter geschrieben. A, B, C, D, E, F, G. Und das war auch ganz einfach bei A zu beginnen. Irgendwann ist man mehr in den Dur-Bereich umgeschränkt und hat dann angefangen die Tonleiter von der Note C beginnend, also von der fröhlich klingenden Seite her anzugehen. Und das war dann dieser Klang, die C-Dur-Tonleiter und die A-Moll-Tonleiter. Die klingt halt ein bisschen trauriger. So, wenn du jetzt genau hinhörst, wenn ich hier auf dem A anfange und auf dem C aufhöre, dann wandelt sich der Klang von diesem traurigen Klang der Moll-Tonleiter, diesen melancholischen Klang in den fröhlichen Klang der Dur-Tonleiter. Und wir sind genau dieselben Töne, nur die Halbtonschritte sind anders positioniert. Wenn du in A anfängst, dann hast du, also in A-Moll startest, hast du A-H-C-D-E-F. Und wenn du in C durchstartest, hast du C-D-E-F. Also der Halbtonschritt kommt im Moll, in der Moll-Tonleiter, ein bisschen früher. Deswegen entsteht dann dieser traurige Klang, obwohl es dieselben Töne sind. Die Töne der Kirchentonleitern übrigens, habt ihr sicher schon gehört, Durisch, Phrygisch, Lydisch und so weiter, Eolisch, Mixolydisch, die verwenden alle die Töne der C-Dur-Tonleiter. Man beginnt nur auf einer anderen Note und dadurch entsteht ein anderer Klang. Aber wir werden auch die Kirchentonleiter in einem der nächsten Tage ansprechen, sodass ihr auch da einen kleinen Einblick bekommt. So gehen wir jetzt, wir haben die A-Moll-Pentatonik in fünf Positionen gelernt, gehen wir doch jetzt auf die A-Dur-Pentatonik. Ja, muss ich jetzt, jetzt kommt dann gleich die Frage, Oh, jetzt habe ich mich an diese fünf Positionen der A-Moll-Pentatonik gewöhnt. Ich kann sie spielen. Ja, ich fühle mich da wohl. Und jetzt kommt der Horst und will, dass ich nochmal fünf Lagen lerne. Das wird mir doch alles viel zu anstrengend. Das Ganze und weiß ich nicht, was bringt mir denn das jetzt alles überhaupt? Die Antwort ist die, wenn du die fünf Lagen der A-Moll-Pentatonik kannst, dann brauchst du keine neuen fünf Positionen lernen. Was du machst, und jetzt kannst du gleich mal dir dieses Schaubild angucken. Hier haben wir die A-Pentatonik. Guck mal hier. Das ist das einzige, was sich ändert. Das ist jetzt deine Position in A. Wenn ich sie in Moll spiele, dann beginne ich hier im fünften Bund. Jeder kennt die erste Lage mittlerweile. Der große Schritt, die drei kleinen. Und mein Grundton war hier auf dem A. Also wenn du jetzt hier auf das Schaubild guckst, dein Grundton bleibt 1, 2, 3, 4 im fünften Bund hier auf der Note A. Nun spielst du es nicht mit dem Zeigefinger, sondern du beginnst hier mit dem vierten Finger. Und die Tonleiter sieht dann so aus. Und wenn du jetzt genau hinschaust, was spielst du denn eigentlich hier? Du spielst genau die erste Position von vorhin der Moll-Pentatonik, nur du versetzt das Ganze um drei Bünde nach links, damit du den Klang der A-Dur-Pentatonik erzeugst. Wir haben ja gesagt, das sind dieselben Töne. Warum soll die Form denn anders aussehen? Ja, schau mal hier. Du kannst auch das Fis noch hinzuspielen. Aber was du machen musst, du musst immer auf dem A enden. Was hier gängigerweise gespielt wird, ist, dass man nicht das A hier mit dem kleinen Finger spielt, sondern dass man die Tonleiter spielt. 5, 2, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 und dann das A-Dur hier. So, wenn wir jetzt ein bisschen an das Transponieren, also das Verschieben der Positionen auf der Gitarre nochmal eingehen, aus einem der vorhergehenden Tage, aus Tag 11, haben wir gelernt, wir können Transponieren bedeutet, wenn wir jetzt die A-Moll-Pentatonik spielen, in Position 1, und dann drei Halbtöne nach links gehen, dann landen wir hier auf dem verwandten oder relativen Moll-Ton zu A-Dur, nämlich Fis. Fis-Moll ist der Moll-Akkord, der mit A-Dur in seiner, also in der sechsten Stufe verwandt ist. Nun musst du nicht sechs Töne nach oben zählen, von A bis bis Fis, das kannst du dir sparen, sondern du gehst einfach von dem Grundton, den du hast, ja, hier ist dein A, gehst du einfach 1, 2, 3 Halbtöne nach links, dann findest du den dazu passenden Moll-Ton. So, eigentlich, wenn du jetzt hier die Pentatonik spielst, was du hier gespielt hast, wenn du hier im zweiten Bund hier die Note Fis weglässt, dann hast du die A-Dur-Pentatonik. A-Dur Tonleiter und die Fis-Moll-Tonleiter A-Dur und die Fis-Moll-Tonleiter haben dieselben Töne. Das ist genau wie das Verwandtschaftsverhältnis zwischen C-Dur und A-Moll. Du beginnst nur, wenn es nach Moll klingen soll, also wenn du jetzt hier den Akkord Fis-Moll, das ist ein verschobener E-Moll, spielst und dann die erste Lage der Pentatonik hier spielst, die du aus dem A-Moll kennst, aber du spielst jetzt im zweiten Bund dann hast du Fis-Moll, hörst du das? Wenn du jetzt dieselbe Tonleiter spielst und auf dem A aufhörst, hier im fünften Bund oder auf der leeren A-Seite dann hast du die A-Dur-Pentatonik, also Fazit du musst die fünf Positionen der A-Dur-Pentatonik nicht neu lernen oder der G-Dur oder der E-Dur-Pentatonik nein, die sind dieselben wie die der Moll-Pentatonik du musst nur, wenn du jetzt hier mit dem Zeigefinger begonnen hast und hier auf A-Moll deine Position 1 spielst hier ist ein A-Moll-Akkord Grundton hier A und du willst jetzt A-Dur-Pentatonik hier dein A-Dur dann spielst du dieselbe Form nach links versetzt um drei Bünde also, wir gehen jetzt gleich dann durch alle fünf Positionen ich werde sie dir einblenden wir machen das dann in G zum Beispiel sodass du dann auch gleich siehst weil man startet nicht mit das ist jetzt nicht Position 1 sondern das wirst du gleich verstehen die Position 1 wäre dann die hier das wäre jetzt in der Dur-Pentatonik die Position 1 ich habe jetzt nur die Position 5 als erste gespielt damit du sehen konntest dass sie dieselbe ist wie die Position 1 der A-Moll-Pentatonik also du musst nichts Neues lernen so, ich hoffe das war jetzt klar was wir jetzt gleich machen ist dasselbe was ich gemacht habe mit der A-Moll-Pentatonik wir gehen hier in diese Form guckt mal hier das ist so cool jetzt pass mal auf so und das kannst du jetzt gleich mitlernen nämlich die A-Dur-Pentatonik in der man nennt sie auch noch als Variante der Blues Scale oder der Blues Pentatonik wie wir gespielt haben hier mit dem Halbton zwischen der Quarte und der Quinte also die sogenannte Blue Note klingt in A-Moll so und wenn ich sie jetzt im Dur spiele drei Bünde nach links das ist doch einfach cool das gleich mit zu testen das bedeutet die Blue Note die so schön klingt die klingt auch im Country wunderbar und man kann die jetzt als A-Dur Country Scale bezeichnen also auch das kannst du gleich lernen du hast ja hier die Fingersätze beginnst mit mit vier hier oben eins zwei drei eins drei eins drei vier eins vier eins vier und auch hier kannst du dann statt das A hier was man kaum macht zu spielen die leere A-Seite reinhauen ok nehm mal an du hast jetzt Sweet Home Alabama und dann hast hier und du spielst hier in der G-Moll-Pentatonik die Deckungsgleich ist hier mit G-Dur also E-Moll Entschuldigung E-Moll-Pentatonik zwölfte Position und du landest dann hier auf dem G bei Sweet Home Alabama zum Beispiel und dann nimmst du hier diese Country-Pentatonik und spielst sie hier im zwölften Bund und dann hast du einen super coolen Sound also du kannst dann hier hier überall in allen Positionen der E-Moll diese Blue Note diese Note aus der Blues Skala hier mit einfügen und dann hast du die A beziehungsweise die Country-Dur-Pentatonik ich hoffe das war etwas was du noch nicht gekannt hast so also jetzt gucken wir mal ob da ihr ja live dabei seid wie es bei euch aussieht 21, 22 Augenpaare wir sind hier voll live am Lernen das ist auch für euch YouTuber ganz interessant wenn ihr dabei sein wollt der Kurs findet immer auf Facebook statt also die Links verlinke ich natürlich unter diesem Video super also gehen wir weiter hier jetzt mit der Dur-Pentatonik und gucken uns in Klarsicht hier diese Positionen an das sieht jetzt folgendermaßen aus jetzt gehen wir die mal durch ihr seht schon wir sind jetzt in G-Dur-Pentatonik und die G-Dur die ich gerade gespielt habe die ist deckungsgleich mit der wenn wir jetzt drei Bünde nach links gehen G Fis F E G-Dur-Pentatonik ist gleich E-Moll-Pentatonik okay also ob du jetzt hier in Moll oder Dur denkst das ist das bleibt dir dann überlassen diese fünf Positionen die wir jetzt durchgehen du siehst wenn du die Moll-Pentatoniken noch in Erinnerung hast du kennst diese Form hier die habe ich hier gespielt in der A-Moll-Pentatonik war das dann nicht Position 1 sondern das war wenn man hier hier jetzt guckt unsere Position 1 gehen wir jetzt mal auf G-Moll der A-Moll-Pentatonik ist in der Dur-Pentatonik Position Nummer 5 okay das ist das einzige was sich ändert hier siehst du sie wunderbar und die roten Punkte hier die roten Punkte das wäre jetzt hier oben müsste ich eigentlich spielen also sind deine Grundtöne G und ich habe hier die im Schaubild auch die Note E hier nochmal die du spielen kannst aber du solltest immer wenn du Dur klingen willst auf den Dur-Tönen hier auch ändern so gehen wir jetzt in Position 1 ich gebe euch gleich noch einen super coolen Hinweis für was wir das eigentlich alles lernen so bleibt stay tuned wie man so schön sagt also hier nochmal kurz Facebook hochfahren damit ich sehe was ihr mir hier schreibt also was auf G-Dur-Pentatonik ist gleich E-Moll-Pentatonik bedeutet wenn ich jetzt hier die 5 Formen der Dur-Tonleiter mit dir durchgehe musst du keinen neuen 5 Formen lernen sondern es sind die 5 Formen der Moll-Pentatonik die Verwandtschaft ist ganz interessant wenn du jetzt in E-Moll unterwegs bist hier oben ja wäre dann oder hier unten deine erste Position in der E-Moll-Pentatonik wäre die hier mit Leerseiten großer Schritt drei kleine ja das ist E oder hier oben im zwölften Bund eine Oktave höher Position 1 E-Moll korrekt die kennt ihr so und hier wäre dann jetzt deine Position 2 der E-Moll-Pentatonik die würde so klingen wenn du auf dem E endest wenn du jedoch hier endest auf dem G dann hast du G-Dur draus gemacht hier ist G-Dur also ich glaube man hört das ganz ganz klar und deutlich wie dieses wie der Klang sich verändert durch den Stopp auf der Note G hier also wie findest du die Dur-Pentatonik du gehst von deiner Moll-Pentatonik aus in E-Moll zum Beispiel hier und dann das einzige was du magst du musst wissen dass wenn du jetzt drei Halbtöne von E-Moll hochgehst Fis E-F-Fis G dann hast du G-Dur den G-Dur-Akkord also das ist ganz ganz einfach zu verstehen und wenn ihr da noch Fragen habt könnt ihr jetzt schon reinposten da wir ja live sind traut euch ruhig zu fragen ich muss das nicht ganz so stur abarbeiten ich kann auch auf die ein oder andere Frage dann eingehen aber jetzt bleiben wir konzentriert gehen durch die fünf Positionen also aufgepasst Position 1 Dur so sieht die aus G-Dur Position 2 beginnt dann hier kannst du so spielen und dann hier auf dem G also hier hier müssten natürlich hier sind die Zahlen verrutscht sehe ich gerade da müssten Einser stehen hier also das ist natürlich Finger 1 Finger 3 das muss ich nochmal korrigieren und dann hier auf dem G enden oder nochmal runter und hier auf dem G enden das ist Position 2 Position 3 beginnt im siebten Bund so hier geht's los das wäre jetzt in Moll die Position Nummer 4 und hier ende ich dann auf dem G Position 4 in Dur beginnt dann in G-Dur hier im zehnten Bund man kann das so spielen oder auch mit Finger 1 und 3 und dann die letzte Position der Dur-Pentatonik und hier spätestens solltet ihr ganz genau erkennen dass wir die Moll-Pentatonik eigentlich die ganze Zeit spielen hier im zwölften Bund noch mal ganz langsam 12 15 12 14 12 14 und ein kleiner Finger landet hier auf dem G und schon klingt es nach wie G-Dur und hier auf dem G aufhören dann klingt es wie G-Dur wenn du auf dem E aufhörst klingt es wie E-Moll also ich glaube ihr habt das gecheckt nochmal wisst ihr was jetzt mega cool ist jetzt machen wir doch gleich mal etwas sehr sehr süßes dass ihr das mal einfach mal für euer Gehör ich bin jetzt zum Beispiel in einem Dur-Blues also jetzt verrate ich euch wie Eric Clapton und B.B. King und die ganz großen Heroes improvisieren und das immer so cool bei denen klingt wir sind in A7 haben hier einen A7 Akkord haben einen was machen wir dazu die Quarte D7 und E7 dann gehen wir auf den D7 und in dem Moment im Blues wenn D im Zwölftakt Blues nach 4 mal A auf dem D7 gehen dann spielen die auf A auf dem A-Dur-Akkord die A-Moll-Pentatonik die ersten vier Takte und dann kommt der D7 der fünfte Akkord und dann spielen sie die Dur-Pentatonik die hier liegt direkt auf der A-Moll-Pentatonik so im Detail und dann gehen sie beim A A-Dur wieder auf die A-Moll-Pentatonik dann mehr zu dem Thema des Mischens von der Moll- und der Dur-Pentatonik da werde ich dann in den fortgeschrittenen Kursen dann drauf eingehen ich möchte euch jetzt nicht zu sehr damit schon überfordern weil wir sind ja noch im Einsteiger-Anfänger-Bereich aber einfach mal um das zu verstehen wie Dur-Pentatonik und Moll-Pentatonik gemixt wird und welchen Klang man erzeugt auf Dur-Akkorde kann man wunderbar die Moll-Pentatonik drauf spielen aber auf die Moll-Akkorde wenn wir jetzt A-Moll haben D-Moll-7 und dann E-Moll-7 haben dann können wir keine Dur-Pentatonik drauf spielen also auf Moll spielt man kein Dur aber auf die Dur-Akkorde darf man die Moll-Pentatonik drauf spielen René was schreibst du der Horst ist wieder lustig mit seinen Einsteiger-Solos ja ja man macht dir keine Sorgen das ist nur so eine Voraussicht auf den fortgeschrittenen Kurs und ich reduziere das jetzt auch wieder auf ein normales Level aber nur dass ihr wisst die Moll-Pentatonik und die Dur-Pentatonik sind dieselben Formen Karin schreibt was wäre dann die 1 in A-Moll was meinst du mit die 1 meinst du die erste Form oder was was meinst du mit die 1 das musst du bezeichnen das kann ich jetzt nicht beurteilen wenn du die erste Form meinst das ist dann die hier immer Klartext schreiben Karin damit ich weiß um was es geht also die erste Form die erste Position in A-Moll die kennt ja jeder also die musst du kennen in der ersten Position finden 90% alle Gitarren-Solos statt und dasselbe dann wenn du es in A-Moll hier gespielt hast und du willst jetzt dass du die als Dur spielen möchtest dann gehst du einfach 3 Bünde nach links und spielst die Form Nummer 5 hier der Dur-Pentatonik also dieselbe Form wie du in 1 gespielt hast spielst du dann einfach mal probieren probiert das mal vom Klang her nimm die A-Moll-Pentatonik lande hier auf dem A dann hast du diesen traurigen Klang und jetzt gehst du 3 Bünde nach links und spielst dasselbe nochmal nimm die A-Moll-Pentatonik und dann wieder auf dem A mit dem kleinen Finger oder auf der leeren A-Seite und dann hast du den fröhlichen Dur-Klang also nur so dass ihr da mal so einen Einblick bekommt ja Heinz fragt entscheidend ist immer der Start- und der End-Ton bei der Pentatonik genau es ist entscheidend zu wissen wo dein Grundton sich auf der dicken E-Seite befindet damit du damit der Klang auch richtig entsteht in der Pentatonik ich denke ja das war ein G-Dur wir sollen uns ja dran gewöhnen in mehreren vom Klang her nicht nur immer in A-Moll zu spielen oder in 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 der in der ersten Form ja sondern ich habe extra G-Dur genommen weil G-Dur deckungsgleich ist wenn wir drei Bünde nach links gehen mit der E-Moll-Pentatonik also um da die Frage zu beantworten wenn du die G-Dur-Pentatonik spielst spielst du eigentlich die fünf Formen der E-Moll-Pentatonik wenn du die A-Moll-Pentatonik spielst spielst du eigentlich die fünf Formen der C-Dur-Pentatonik und wenn du die Fis-Moll-Pentatonik spielst hier spielst du eigentlich wenn du dreihalbtöne hoch gehst die Töne der A-Dur-Pentatonik so nimm dir irgendeine Note aus dem Notensystem nehmen wir mal an wir nehmen die Note C gehen im achten Bund auf der dicken E-Seite und gehen drei Bünde nach links eins zwei drei dann haben wir den relativen Moll-Ton zu C also das kennt ihr C-Dur und A-Moll es ist nur ein ein eine 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 Akkord hier haben wir C-Dur als Grundton und hier beim A-Moll haben wir A als Grundton es sind dieselben Töne nur durch den Grundton ändert sich der Klang des Akkordes von Dur auf Moll ist das nicht faszinierend? also du findest den Mollton zu jedem Ton auf der Gitarre drei Töne drei Halbtöne tiefer nehmen wir zwei drei Beispiele bitte bleibt jetzt sehr achtsam dabei also bei C-Dur du spielst jetzt die Note C auf der dicken E-Seite im achten Bund und dann gehst du drei Halbtöne nach links eins zwei drei dann hast du deinen Mollakkord also das wäre dann zu C-Dur die Sechste nur weißt du ich zähle jetzt nicht nach oben bis zur Sechste guck mal wie lang das dauert wenn ich hier auf C anfange C D die Sekunde E die Terz F die Quarte G die Quinte und dann kommt erstmal ein Mollton die Sechste A und dann habe ich noch ein H hier und dann wieder C also zähle ich einfach von C rückwärts C H A oder drei Halbtöne von C runter C H B A okay und dann hast du deinen Mollton bedeutet Achtung dranbleiben wenn du jetzt hier deine Pentatonik spielst Position 1 dann hast du die A-Moll Pentatonik gespielt das hörst du auch wenn du jetzt dasselbe spielst und auf dem C aufhörst hier stehen kannst du auch das A spielen dann hast du deine C-Dur Pentatonik gespielt also ich hoffe das war so einfach wie möglich erklärt dasselbe Beispiel kannst du jetzt machen auf der Gitarre und selber rausfinden welche Töne zu welchem Ton auf der Gitarre der passende Mollton sich befindet also was musst du wissen nochmal bitte ganz genau aufpassen hier haben wir C du musst auf jeden Fall wissen dass der im achten Bund auf der E-Seite ist und dass du drei Bünde nach links den passenden Mollton hast was du noch wissen musst ist dass direkt unter dem C sich die Quarte befindet das ist die Note F C F und hier eine Note weiter also direkt unter dem Grundton C hast du die Quarte und dann ein Ganzton weiter die Quinte das ist dann dein berühmter Powerchord dein Powerchord besteht aus C und der Quinte G wenn du jetzt zum Beispiel diese Rock'n'Roll Begleitung spielst oder Blues hallo Andreas der Ratinger grüßt dich schön ich grüße dich auch guck mal hier wenn du jetzt diese Blues Begleitung spielst dann spielt dein kleiner Finger immer die Sechste und das sind die um jetzt mal ein bisschen diese Art wie ich euch geteased habe am Wochenende mit meinen Überschriften magischen Töne euch jetzt zeigen da sind sie Grundton gehen wir in die Nahaufnahme C Quarte Quinte Sechste Powerchord und kleiner Finger auf die Sechste ganz wichtiges Wissen und vom Grundton drei Bünde nach links 1, 2, 3 befindet sich auch wieder dein A die Sechste beziehungsweise der Mollton der Tonleiter okay das war jetzt ganz langsam und ganz einfach erklärt okay und wenn du also hier das in Akkorden spielst dann hättest du hier C-Dur die E-Dur Form F-Dur die A-Dur Form und G-Dur und drei Bünde nach links A-Moll und so findest du nicht nur die Quarte Quinte und die Sechste sondern du findest auch deine Pentatoniken mal ein Schluck Wasser trinke ich rede zu viel dass mir der Mund vertrocknet so Ladies and Gentlemen seid ihr noch dabei lassen wir nochmal aktualisieren hier die Leitung ist stabil wir haben 27 die live dabei sind das ist hervorragend für für den Dienstagnachmittag das freut mich tierisch nochmal aktualisieren 28 sogar so Klaus fragt kurz nochmal für mich wird auf der Dominante sowohl in Moll wie auch in Dur improvisiert ja natürlich kann man das machen aber Vorsicht lieber Klaus auf der Dominante also auf dem Grundakkord wird nur wenn du Mollakkorde hast in der Moll Pentatonik improvisiert also wenn du wenn du einen Durakkord hast musst du vorsichtig sein dann kannst du Dur und Moll verwenden wenn du Mollakkorde hast nur Moll also auf einem Blues in Moll in A Moll D Moll und D Moll 7 oder also D Moll und E Moll 7 würde ich keine Dur Pentatonik drauf spielen weil das klingt dann nach Country und nicht nach Blues viel geredet jetzt ich hoffe mal nicht zu viel gehen wir noch mal hier rein die ganzen Dateien stelle ich euch zur Verfügung aber die wichtige Message für mich ist die du musst nur die fünf Formen der Moll Pentatonik kennen denn die Dur Pentatonik verwendet dieselben Formen nur sie beginnt auf einem anderen Grundton hier in dem Beispiel das wir hier verwendet haben im G Dur sind wir eigentlich die ganze Zeit in der E Moll Pentatonik das kannst du genau hören wenn ich dieselbe Position spiele und dann auf dem E Moll lande oder auf dem G Dur also du musst also keine neuen fünf Formen lernen ich hoffe ich habe es so einfach wie möglich für euch erklärt bitte 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 denkt ja nicht dass das kompliziert ist bitte 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 ja nochmal bitte 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 nicht denken dass das jetzt kompliziert ist niemals wenn ihr Gitarre spielen wollt denkt bitte nicht denken dass die fünf Töne der Pentatonik Hexenwerk sind oder irgendwas kompliziert ist nein 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 es ist das leichteste was es gibt okay bleib motiviert bleib optimistisch lern die fünf Lagen der Moll Pentatonik und dann verschiebe diese Lagen um drei Bünde nach links und dann hast du die Dur Pentatonik Punkt aus okay lernen die fünf Formen habe Spaß dabei das ist ganz ganz wichtig nur nicht denken dass das irgendwie kompliziert wäre es ist es nicht Dur Tonleiter heute arbeiten wir viel und intensiv deswegen gehen wir jetzt gleich in in die Dur Tonleiter und kurz mal hier rein kurz scrollen und los geht es direkt hier mit welcher damit es passt zu dem was ich vorhin gemacht habe mit der Position 1 der Dur Tonleiter in G-Dur jetzt gucken wir doch mal was ist hier los sei so nett und guck dir diese Form hier genau an da sind jetzt zwei Töne hinzugekommen zu der Form hier also jetzt machen wir so ein kleiner Überblender hier gucken zu der Form hier der Pentatonik 1 in Dur klicken wir jetzt noch mal auf das andere sind hier ein paar Töne hinzugekommen ja welche ja hier diese Note diese diese so bin ich denn hier also hier dürfte auch mal lachen meine Maus war im falschen Feld also was kommt kam hinzu die hier die die und die eigentlich sind es nur zwei Töne die in in der Dur Tonleiter hinzugefügt werden das sind die Halbton Schritte so wie sieht die aus guckt euch mal noch mal die erste an in Dur hier hier und dann jetzt hier ihr seht wenn ihr jetzt genau hinguckt die pentatonik hier das wäre jetzt die pentatonik da 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 großer Schritt großer Schritt kleiner Schritt hier ist ein Grundton G und das ist jetzt G-Dur Tonleiter Position 1 die liegt auf der ersten Position der G-Dur pentatonik und sieht folgendermaßen aus gehen wir in den Haufen aber gehen wir mal rein komm was soll's gehen wir mal rein hier sagt bitteschön hier der Fingersatz beginnt auf der Note G im dritten Bund auf der E-Seite 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 4 1 3 1 2 4 hier ist ein G nochmal ganz langsam pentatonik das ist deine Duotonleiter so wir gehen heute durch die jetzt noch durch die ich zeige euch jetzt noch die 5 Positionen der Duotonleiter und dann würde ich sagen werde ich das Video heute beschließen mit den 5 Positionen der Duotonleiter und nächste Woche zeige ich euch dann die Übe-Patterns sodass ihr eine Woche Zeit habt diese 5 Positionen euch anzugucken auch hier ganz wichtig wer jetzt denkt dass das hier kompliziert ist wer jetzt denkt dass das jetzt kompliziert ist hat schon verloren ok der spätestens hier sind wir dann an einem Punkt wo ich euch wieder motivieren muss wenn du jetzt denkst das ist kompliziert habe ich keinen Bock drauf warum brauche ich das dann hast du schon wieder verloren dann ist das Ding ist dann durch also bitte denke dran es ist viel leichter wie du es dir vorstellst wenn du konsequenter Weise diese Schritte befolgst du hast deine fünf positionen der pentatonik gelernt auf diese fünf positionen legen wir jetzt die du tonleiter drauf wir fügen einfach nur zwei töne hinzu das ist nichts kompliziertes und du wirst feststellen dass es immer dieselben fingersätze sind in der pentatonik hattest du den kleinen schritt kleiner schritt großer schritt nach den beiden großen die drei kleinen und genauso bleibt deine hand hier liegen und spielt und jetzt bitte achte drauf du hast hier ein ganz interessantes natürlich könnte ich jetzt hier noch das bis hinzufügen hinzufügen weil das ist in der tonleiter drin und dann hätte ich diese form dann hätte ich eine form die besteht achte bitte jetzt auf das was ich dir erkläre das ist nämlich sehr sehr interessant vor sich also hier gucken wenn ich hier das fest noch hinzufüge dann hätte ich noch mal 124 und in der dur tonleiter in diesen fünf positionen haben wir immer klein groß klein groß dann spiegelt sich das groß klein groß klein nach dem beiden groß kleinen also ganz ton halb ton ganz ton halb ton kommt der einzige immer die seite wo du nur zwei töne pro seite hast hier wir spielen jetzt positions wir lernen jetzt die fünf duoton leitern die sich auf den pentaton befinden befinden was es dann noch gibt dann gibt es dieselben ton leitern die duoton leitern mit drei tönen pro seite und die haben dann sieben positionen auf der gitarre die sich wunderbar ergänzen aber wir müssen auf unseren fünf pentatoniken wissen auch wie eine duoton leiter entsteht damit wir das auch begreifen und spielen können das ist ganz wichtig ok und und am ende von dem ganzen solo gitarren gedöhnt lernen wir dann auch noch die duoton leiter spielen mit drei tönen pro seite die von den ganzen rockstars gespielt wird die sehr flüssig zu spielen ist und wunderbar sich auf dem ganzen griffbrett spiegeltechnisch verteilt das werde ich euch schon mal erklärt in vorher gegangenen videos und da könnt ihr auch meinen kanal durchsuchen duoton leiter mit drei tönen pro seite und auch mitarbeiten so das ganze was wir hier machen das ganze ihr lieben lebt von eurer mit arbeit die mit arbeit ist entscheidend ganz ganz entscheidend dass ihr nicht nur konsumiert dass ihr nicht nur mit der gitarre dabei sitzt sondern auch recherchiert und in meine mittlerweile 850 videos auf youtube reingeht und eingibt nur tonleiter und dann auch diese videos anguckt und durcharbeitet ok das ist ganz entscheidend das war jetzt position 1 und gehen wir jetzt zügig in die nächste position position 2 das selbe machen wir jetzt hier dass ihr den vergleich seht hier position 2 guckt mal die form euch an und dann guckt euch die dur form an und ihr werdet sehen das ist die basis und das ist die ausbaustufe hier und in der ausbaustufe der zweiten position haben wir wieder diese spiegelung bitte bitte jetzt ganz ganz achtsam sein wir haben hier oben fingersatz 1 großer schritt kleiner schritt 1 3 4 nah aufnahme so was habe ich gesagt danach kommt der der die seite mit einem einzigen großen schritt dann müssen wir hier nach links gehen und spielen dann klein groß zweimal dann wegen der h seite einen halb ton nach rechts und guck mal was du jetzt gespielt hast klein groß klein groß spiegelt sich mit ganz ton halb ton und natürlich was du unten auf der dünnen e seite spielst wiederholt sich auf der dicken also achtung da ist ein g das war position 2 gehen wir doch gleich position 3 position 3 und gucken uns hier position 3 auch nochmal an position 3 dur pentatonik beginnt schritte und wenn du jetzt hier auf die position 3 der durtonleiter gehst dann siehst du die verwandtschaft schritte und wieder haben wir hier die spiegelungen guck mal ich beginne jetzt hier oben mit dem kleinen großen schritt also halbton ganz ton danach nach halbton ganz ton folgen zwangsweise großkleine schritte also ganz also halbton ganz ton dann die zwei großkleinen danach kommt der einzelschritt den kennt ihr ja mittlerweile und nach dem einzelschritt kommen jetzt in der position wieder zwei klein große nicht versetzt nach links sondern in derselben lage wegen der h-seite was du unten auf der dünnen e-seite gespielt hast spielst du auch oben auf der dicken also so sieht die nochmal aus durtonleiter position 3 und hier auf dem g enden super ok dann gehen wir in die position 4 ja voilà position nummer 4 so und position nummer 4 beginnt hier im zehnten bund schauen wir uns gleich die dur pentatonik an so sieht die aus das ist diese schön parallele hier oben und wie sieht die durtonleiter aus die auf dieser position drauf liegt so sieht die aus ja und hier seht ihr die pentatonik hier die zwei kleinen die zwei großen und wieder die zwei kleinen plus die hinzugefügten töne aus der duotonleiter so und auch hier haben wir wieder im zehnten bund kleiner schritt und nach dem kleinen haben wir klein groß jetzt versetzt nach links klein groß klein groß dann die spiegelung groß klein also ganzton halbton jetzt wegen der h-seite einmal versetzt nach rechts wieder ganzton halbton und dann nochmal unten ein großer schritt also was du oben spielst spielst du unten und dazwischen die spiegelung klein groß groß klein das war position 4 mal kurz drauf gucken und gehen wir jetzt in die letzte duotonleiter position numero 5 so so sieht die aus gleichzeitig schauen wir uns die letzte position hier in du nochmal an g dur ist gleich e-moll pentatonik guck hier oben so sieht die aus und wie sieht die duotonleiter aus die da drauf liegt so wir beginnen groß klein danach haben wir den Einzelschritt dann müssen wir einmal nach links klein groß klein groß dann zurück in die position nochmal klein groß also die spiegelung und groß klein was du oben gespielt hast spielst du unten und dann hier und das waren die fünf positionen der duotonleiter auf auf den fünf positionen der du pentatonik so jetzt denkst du wahrscheinlich hallo an allen die noch hinzugekommen sind hallo bernd walter günther ihr ihr lieben es ist kein hexenwerk danke lieber andreas das freut mich sehr dass ihr so denkt weil ich denke nämlich genauso und ich hoffe ich habe es so einfach und schlicht wie möglich erklärt ich packe jetzt auch in dieses video kein zusätzliches material hinein ja ich weiß ich habe es versucht so einfach je einfacher lieber markus grüß dich je einfacher man versucht es zu erklären umso schwieriger wird es beim zu hörer weil man muss dann immer immer viel zu viel erklären also motivation für dich lerne die fünf positionen der voll pentatonik die wir in den vorhergegangenen videos besprochen haben lerne die auswendig spielen wenn du sie dann in dur spielen willst gehst du einfach drei bünde nach links von hier in a einfach drei nach links dann hast du a dur und hier wenn du a dur spielst hier liegt dann in der position liegen dann auch deine egal auch auf den Mollpositionen auf der Mollposition liegt dann die die dur weiter drauf die töne der dur tonleiter kannst du ganz einfach per gehör finden wenn du die dur pentatonik spielst geh noch mal hier hoch guck mal die töne sind auch nach gehör gut zu üben und zu lernen das ist sogar ganz ganz wichtig dass du das machst wenn ich jetzt noch mal das einblende dass du das siehst in der in der in der letzten position das ist die pentatonik hier oben position eins die jeder kennt und hier ist deine also jetzt in g dur und das ist deine dur tonleiter so hier auf den beiden großen schritten hast du immer diese finger form guck guck noch mal in a moll dann hast du hier zum Beispiel die zwei großen schritte dann hast du hier die zwei großen schritte dann hier und und schon geht geht das wird das ganz ganz einfach wenn du wenn du das per gehör auch noch mitspielst und übst glaube ich ich habe das jetzt so im detail erklärt ihr werdet das checken ich stelle euch auch noch die bilder schaubilder dateien zur verfügung ich hatte viel spaß heute mit mit der erklärung und natürlich mit der hohen teilnehmerzahl und ich bin mir sicher ich habe es so einfach erklärt dass wenn du dich dann ein bisschen noch damit beschäftigst viel einfacher kann man es nicht erklären werdet werdet ihr das super verstehen und mitnehmen können ich wünsche euch viel viel spaß damit hoffe dass du ein klein bisschen was mitnehmen konntest und besser werden konntest ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei allen die live dabei waren es war glaube ich die höchste teilnehmerzahl im kurs bis dato an einem nachmittag mitten unter der woche ich wünsche euch viel 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 spaß geht es entspannt und gelassen an wir sehen uns nächste woche ich gehe weiter in die duotone leitern dann rein und zeige euch wie man das zweier und das vier pattern in kombination mit den triolen in der duotone leiter spielt bleib dran vertrau mir ich weiß was ich tue und ich führe dich wunderbar durch diesen kurs ich bedanke mich für deine zeit und freue mich wenn du das nächste mal wieder dabei bist ciao hier war horst wir sehen uns bye bye jedem wann ich nicht jedem leiter ifall